Ich freue mich sehr, dass so viele interessierte Menschen hier hergefunden haben bei diesem furchtbaren Wetter. Aber ich glaube, die Kunst von Hubert Schäuble hat etwas sehr Anziehendes. Wenn man hier hereinkommt, ist man ja förmlich erschüttert, fasziniert, irritiert. Es ist unglaublich, was man hier zu sehen bekommt. Und ich glaube, wir könnten vielleicht einmal mit dem Augenfälligsten beginnen, nämlich deine Kunst, Hubert, hat so etwas Ausuferndes. Du hast mir im Atelier mal erzählt, du kannst nicht anders. Du brauchst diesen Raum, diesen Platz, du brauchst diese Formate. Es wirkt hier herinnen natürlich also unglaublich, auch in dieser Architektur. Ja, warum hat deine Kunst etwas dermaßen Raum für ihn? Ich glaube, dass man als Künstler auch immer so hin und her switcht. Es gibt, sagen wir mal, Zeiten, da will man größere Formate machen und dann hat man auch wieder Sehnsucht nach einer intimeren, kleineren Größe. Aber für ein Museum eignet sich das natürlich besser jetzt, als jetzt für ein Biedermeier-Wohnzimmer. Ja, man muss aber sagen, dass bei mir zu Hause, also im Atelier natürlich auch, diese riesen Dinge... Ja, das ist vielleicht auch ein Problem, man vergisst das natürlich dann auch öfters. Aber ich muss schon sagen, ich finde eigentlich, sagen wir mal, den Wechsel vom großen Format zu einem kleinen Intimeren, ich finde, das ist irgendwie schön, weil es wird irgendwie gefährlich, wenn man geübt wird. Und also wenn man zugeübt wird, dann ist es eigentlich wieder gut, dass man aufhört. Und dann wird das Kleine so schwierig wie umgekehrt, wenn man vom Kleinen zum Großen wechselt. Man hat trotzdem bei deinen Arbeiten besonders das Gefühl, noch viel mehr als bei anderen Künstlern, deine Auseinandersetzung mit dem Raum, die ist so immer spürbar. Eigentlich ist die Malerei ja auch, wenn sie hier so tut, als wäre sie grenzenlos, auch einem begrenzten Raum sozusagen unterworfen. Ist das auch so ein bisschen ein Kampf gegen diese Begrenzung? Naja, das Maß gibt einfach dem Raum vor. Und es sind ja Renaissance oder auch Kollegen, die so illusorische Räume entwerfen, dann ist es eher so, dass sich aus der Malerei ein gewisser Raum ergibt. Und da gibt es Arbeiten, da fällt man hinein in den Raum. Und dann gibt es aber auch Arbeiten, die lassen dann eigentlich nicht rein. Das ist aber eigentlich quasi eher eine emotionale Lesbarkeit, die jeder Rezipient für sich wahrscheinlich anders irgendwie unterhält. Das macht ja jeder, in eine Arbeit kommt er rein, in eine andere ist nichts. Es geht um den Raum in den Arbeiten, um die Räumlichkeit vielleicht auch in den Arbeiten. Es geht aber natürlich auch um den Raum, der diese Kunst umschließt. Also hier im besonderen Fall, ich glaube Ihnen geht es auch so, es ist wahnsinnig beeindruckend, dass die Architektur schon dieses Ausstellungsraumes, da habt ihr ja einiges unternommen, um diesen Raum zu verändern. Ja, ich meine, der Raum hier ist im Prinzip einfach ein Schlauch, es ist ein lang gestreckter Raum. Und irgendwie war die Idee dann, dass man den Raum bricht und dass man über die Bewegung unterschiedliche Seherfahrungen macht. Und deswegen haben wir auch dann dort, das ist das erste Bild gleich mal, dass man nicht weiß, es ist ein Raumteiler und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie Arbeit. Und haben es dann auch abgesenkt. Und die Idee war so, dass man, also wenn man geht, dass man eigentlich jedes Mal was anders sieht, dass man sich bewegen einfach muss, um Erfahrungen machen zu können. Ich glaube, dass Bewegung und Sehen, sagen wir mal, zu unseren evolutionären Grundachsen gehören. Und die Perspektiven, die sich aus dieser Bewegung ergeben. Ja, also wenn man in die Frühzeit zurückgeht, Stämme, die sich zu wenig bewegt haben, sind ausgestorben, oder vorhin waren, haben zu wenig Nahrungsmittel gehabt. Also irgendwie so Schauen und Bewegung, finde ich, das hat uns überhaupt unser Überleben gesichert. Jetzt übertragen auf die Malerei ist es natürlich ein weiter Weg, aber trotzdem, also ich habe das Gefühl, dass die Bewegung, also zum Beispiel, dass die Hand, wie man was, einen Strich macht, einen Pinselstrich oder was, dass das nichts Ausgedachtes ist, also nichts Kalkulieres. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Hand ist das ehrlichste Organ an uns. Tut sie manchmal das, deine Hand, was du nicht willst? Durchaus, ja. Aber das ist auch kein Fehler. Da sind wir schon ein bisschen bei den Techniken. Also wenn man so sagt, diese Bilder aus den letzten zehn Jahren, kann man, sage ich jetzt einmal grob, vielleicht in drei Gruppen unterteilen. Von der Technik her, es gibt diese extrem flächig gemalten Bilder, die du, glaube ich, auch mit Spachteltechnik machst. Es gibt diese geritzten, fast grafischen, zeichnerischen Arbeiten und es gibt dann die anderen mit diesen fließenden Formen, wo du auch schüttest und wo du den Wind mitspielen lässt, die Silberbilder. Vielleicht kannst du das einmal ein bisschen erläutern. Also alle drei Werkgruppen haben eigentlich was Paradoxes an sich. Weil zum Beispiel bei diesen Gekratzen, man gibt Farbe drunter und gibt eine drauf und man behandelt dann das Ölbild wie eine Zeichnung. Also das ist eigentlich auch ein paradoxer Vorgang. Aber ich habe mir dann gedacht, es ist interessant, die Direktheit, die eine Zeichnung hat, auf ein Ölbild zu übertragen. Bei diesem Nikotin- und Silverscreen, da ist es irgendwie so, dass dieses Silbersulfat so stark riecht, dass man im Atelier irgendwie fast erstickt. Und dass es eigentlich besser ist, immer man tragt es, es ist Sommer und man macht es draußen. Und das ist auch dann paradox, weil man malt die Farbe drunter und dann deckt eigentlich diese Silberemmission das zu. und es kommen nur so bestimmte Stellen halt durch. Das heißt, man versucht, das Fließverhalten ein bisschen zu kontrollieren. Aber das Schöne ist das, dass Kontrollverlust eben, da zeigt sich auch, dass es auch eine Natur, oft ein besserer Meister ist, als wenn man gestalterische Entscheidungen trifft. Das finde ich immer so eigentlich am langweilend, weil ich sage, ich mache jetzt das. Es ist irgendwie schöner, wenn man mit einer tieferen Ebene verbunden ist, mit seinem Kern. Und die dritte Gruppe sind dann eben zum Beispiel diese Ones. Diese Ones, das ist auch ein paradoxen Aspekt, weil der Untergrund irgendwie, also eher langwierig, damit das ein bisschen auch, da spielt man doch auch mit einer Farb, also mit einer Raumtiefe und so. Aber der Strich selber, der muss dann irgendwie, doch, der geht schnell und ist auch nicht korrigierbar. Also das ist der Letzte. Ja, so wie da, da ist auch nichts, also da gibt es, man kann nichts korrigieren und es ist sehr sinnlos. Ich meine, was immer, bei dem war es halt irgendwie, dass man glaubt, man kann in einem Strich seine ganze, was ist, endliche, endliche Dramatik reinbringen, ja, was natürlich auch nicht geht. Aber ein bisschen, das ist ein bisschen tricky, oder? Also da hat man dann vielleicht an diesem farbigen Untergrund ewig gearbeitet und hat diese Räumlichkeit erzeugt, die ja wirklich, also fast gespenstisch ist in manchen deiner Bilder, wenn man so diese Weite in einem Bild, diese Unendlichkeit fast erblickt und dann kommt der letzte Strich und dann bist du nicht damit zufrieden. Ja, dann muss man es runterschneiden und es geht auch nicht, es geht auch nicht mit drüber, weil irgendwie spürt man dann, man spürt den Fehler immer durch und irgendwie hat man dann entschieden, man ärgert sich zu viel, ist es besser auch, dass alles vergessen und weg, eher ein kalter Schnitt und Pech gehabt, ja. Also da setzt du dann sozusagen die letzte Farbfläche drüber, während du bei diesen Bildern ja sozusagen mit einer Negativtechnik bearbeitest, also du holst die Farbe durch den Regen heraus. Ja, das ist das Gegenteil vom anderen. Ja. Diese Ones, da wird dir jeder zu Recht was anderes auch erfassen, erblicken, erkennen in diesen Bildern. Für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber es ist ja trotzdem so etwas vom kosmischen Raum, es sind so wie wie ein fliegendes Tuch oder ein fliegender Schal, der durchs Weltall schwebt. Ist das schon auch so ein bisschen in diese Richtung gedacht, so neue Räume zu schaffen, ob es jetzt ein Kosmos ist oder ob es ein gedanklicher Raum ist, ist ja vielleicht egal. Ja, ich meine, in Wirklichkeit ist ja, wenn du hinschaust, verbindest du dich also emotional oder intellektuell oder einfach kurz mit dem und auch deine Erinnerungen verbinden sie kurz mit dem. Was, zu sagen, welche Schwingung das dann da antörnt, das kann man als Künstler nicht, ist bei jedem anders, Gott sei Dank und ist auch gerade bei denen ist das auch irgendwie was komisch Privates. Aber der Weltraum spielt zumindest eine gewisse Rolle bei dir, also ich meine, zumindest auch in anderen Bildern von den Titeln. Zitierst du ja 2001 und so weiter und also das scheint schon ein Sychea zu sein, das dich irgendwie gedanklich beschäftigt. Ja, ich bin ein Stanley Kubrick-Fan und also viele meiner Titel sind eigentlich so Dialoge aus Filmen. Und bei dem 2001 da gibt es diesen Bordcomputer Hell und wie der merkt, also dass die an Borden merken, dass er mehr und mehr Kontrolle übernimmt, hat er sich überlegt, was ist eigentlich das Humanoidste an diesem komischen Wesen und ist zu dem Schluss gekommen, dass es die Angst ist und hat dann gesagt, Dave, also vorher hat er gesagt, Dave, das ist eine schöne Zeichnung und dann hat er gesagt, Dave, ich habe Angst, schalt mich nicht ab. und das habe ich irgendwie schon sehr interessant gefunden. Ich meine, wir stehen irgendwie kurz bevor, also dass wir vom Computer betreut werden und dass sie unsere tiefsten emotionalen Schwankungen etc. etc. Aber Titel, muss ich auch sagen, sind einfach nur Einstiegsfallen. Die Titel kommen aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, wo die Könige und Kaiser so viele Bilder gehabt haben, dass sie nicht mehr sagen konnten, ich will jetzt dieses Bild da mit diesem schönen Fluss oder Berg da hinten, weil sie archivmäßig überfordert waren und dann haben sie angefangen Titel zu kriegen. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht ist es eine Einstiegshilfe, weil uns die Sprache, das weiß ich nicht, aber manchen ist die Sprache halt näher als das Bild. Die Ausstellung hat ja auch einen Titel. Fly? Fly, ja, warum? Das war so, irgendwie habe ich mich erinnert, also einer meiner Kurven, die ist jetzt gerade in der Pubertät und wenn man so ein bisschen diskutiert, da merkt man so, dass die Werteskala von denen noch so idealistisch ist und irgendwie das, also man weiß, dass man nicht fliegen kann, ja, jeder hat so Utopien in sich und irgendwie war das so eine Aufforderung, dass man vielleicht so seine Utopien und sozusagen die Werte, dass man das ein bisschen schützt, auch wenn man dann sozusagen im Laufe des Lebens erfahren muss, dass man nicht alles realisieren lässt. Apropos Jugend, du suchst ja auch stark die Interaktion mit dieser Ausstellung, also es gibt diesen Wettbewerb, habe ich gesehen, Fly, Scheibel, Fly, sehr schön, also Leute sollen sozusagen das Bild kreativ aufnehmen, verändern. Ja, mir wäre eigentlich am liebsten, wenn zum Beispiel überhaupt so eine Ausstellung durch die Besucher täglich verändert wird, also dass die umhängen oder dass überhaupt ganz was anders rauskommt. Das ist schwierig, viel Spaß. Das wäre eigentlich mein Wunschziel, weil ich auch Ausstellungen jetzt auch nicht als, ich sehe es nicht jetzt so als so etwas Abgeschlossenes. Ich sehe, das ist halt jetzt einmal ein Teil und die nächste wird wieder komplett anders ausschauen. Also in Salzburg haben wir bei der Ausstellung so mongolische Steppen Gras hineingelegt und das hat dann auch wieder, das Paradoxe war, dass die Leute sehr heiß waren, die Stu ausgezogen hat und irgendwie denkt man sich dann barfuß, da kriegt man so einen Impuls an die Kindheit. Das ist eigentlich komisch, dass man auf ein Bild schaut. Irgendwas passt nicht zusammen. Das hat mir gefallen. Das war auch ein sehr schönes Bild, die Leute da herum gehen zu sehen. Damals das war sehr eigen und hatte etwas exotisches irgendwie und etwas aber angenehm Befremd Aber toll wäre, wenn eigentlich die Besucher die Ausstellung ständig umhängen. Ja, wir könnten eigentlich gleich damit anfangen.